Oh nein, nicht schon wieder der Typ im Chat. Bitte nicht. Junge, er kommt alle halbe Jahr bei mir in den Chat und schreibt, Kevi hat einen Crush auf dich. Guck mal, wir haben jetzt 2023. Hier, 2022. Von einem halben Jahr, Kevi hat einen Crush auf dich. Hier, 6. auch wieder 22. Kevi hat einen Crush auf dich. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr, Bro. Direkt erkannt, als er gerade wieder zurück in den Chat kam. Mit Kevi hat einen Crush auf dich, Junge. Wer ist Kevi? Er zieht durch, wirklich, er zieht durch. Ihm ist es super wichtig, mir das zu sagen.